Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War Site mit den Epirus und ja es könnte sein dass wir schon wieder aus der Stadt herausgeschmissen werden ich hoffe nicht ich hoffe sehr auf meine Pekiniere aber ja er hat Stufe 3 mit mit seiner Rüstung oder sogar nicht mit seiner Rüstung sondern mit seinen ja was soll ich dann mit denen anstellen äh genau mit seiner mit was hat er er ist Stufe 3 mit seinen Schweren mit sein Waffen und deswegen ist dies ein bisschen Blut so wie hier kann nicht dicht machen aber ich mache lieber hier vorne dicht hier vorne Marie dicht mit denen diese Pekiniereinheit macht hier denkt mit denen die Kavallerie ja bleibt mal hier und äh checkt ob hier irgendwas abgeht so das kann der nur motivieren dann kann man her ok das ist gut das ist sehr gut ach übrigens äh das ist sehr gut dass er nur unten rum geht und dann können wir mit äh unserer Fernkampfeinheit von oben schießen das ist wunderbar dann gehen sie hier hin so die beiden gehen so Wie jetzt? Ach die die Schwertkämpfer können auch äh äh gerade katastrophal schlimm das ist gerade Katast muss die da machen sofort nach da und macht man die platt Alter die sind halt ich weiß nicht so krass heftig ich muss mal jetzt schneller machen hier ich ich greife jetzt mal an unser General wird angegriffen die sind ja voll übertrieben krass eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht verabschiede nach die 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 Was sind das hier overpowered? Alter. Junge. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Zu Befehl. Zu Befehl. Befehle Verstand und Einsatz. Wollt ihr mal endlich die platt machen? Was ist denn los? Ich gehe mal. Okay. Echt ist. Die Steinschleiderer besiegen zwei von meinen Kaweller. Die sind die Schleiderwaffe. Nein klar. Nichts klar. Nein, das ist klar. Die besiegen ist jetzt wirklich mein camp. werden unsere Männer fliehen vor der Schlacht das ist ein schädlicher die Steinschilder die Wanderer die ist selten Schwerstkämpfer sind ich finde es ist ein bisschen heftig von der Idee der Malte da ist mir die haben ja jetzt um ich weiß gar nicht wie viele sein die hatten Prozent vor allem mit dem Sperren haben die halt eine richtig gute und die da sind auch krass gut die haben krass viel Schaden gemacht komm den bekommt ihr noch unsere Männer fliegen von der Schlacht wer hat dann so viel Dämmisch gemacht also der in der Jahr 70 ist jetzt auch nicht so krass besonders ehrlich gesagt 120 ist auch nicht so aber die haben halt den meisten der Match haben die wirklich mit den Schweren gemacht weil ohne Wurfsperre ja der war der krasse weil ohne Wurfsperre hätten die glaube ich nicht gewonnen kulturelle Unterschiede sind für jeden eine Herausforderung was ist im Hintergrund sieht ihr das achso ok der hat gerade ausgemacht eine Herausforderung der fremden Länder kontrolliert es gibt jedoch Wege die fremden Länder dazu zu bringen eure Herrschaft anzuerkennen zur Ordnung eurer Götter mit den Gottheiten der Fremdländer das ist Römisch Eingliederung das anerkennen des beschränkten Bürgerrechts für die Ausländer so eigentlich auch Römisch und Unterwerfungen ich mache das das Prozent die Piros Nahrungsmittel Knappheit ja wo bin ich auch so hier am liebster stört aber nicht Haushalt ok Prozent wie sie es denn jetzt darum aus so also noch mal so eine Prozent vier, fünf, sechs das, 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 das und jetzt habe ich noch zwei so wo ist die zu, und die, da sind die hm das ist halt gerade echt, äh bisschen heftig mit der Nahrungsmittelknappheit minus acht Nahrung so Armee aufstellen so dann kommt hier die, ups die zweite Armee äh zwei, vier, sechs zwei, vier, fünf und fünfmal Pell tasten sehr schön sehr schön jetzt gehen wir mal hier hin hier machen wir das Essen minus Nahrung 16 öffentliche Ordnung krass ähm so so da bekommen wir natürlich auch was motivieren sammeln ruhig dann durch Industrie oder hier Verstärkung kann ich halt ja jetzt gerade nicht ähm benutzen ähm hat er hat der ja der hat einen der da unten hat keinen er kann ich gerade nicht benutzen weil ähm ähm weil ich ja eh gerade minus Nahrung habe aber das, das wird dann praktisch nächste Runde dann, beziehungsweise wenn ich wieder Essen habe ähm aber ich denke dass nächste Runde ähm dass es da wieder in Ordnung ist die Seelen unserer Vorfahren haben keine Verwendung für Gold doch sie wissen, dass ihre lebenden Nachkommen anders denken ähm ähm ja komm wenn ich das nämlich nicht äh äh angenommen hätte, dann hätte er mit seiner Frust der Garmäe angegriffen so wie hier also wo ist der Wein? ja, dann machen wir mal Wein hier sehr schön damit habe ich ja also vor allen Dingen für 2000 das, das geht schon wenn man Geld hat mhm und dann kann ich mich erstmal um das Essen kümmern oder Spanien und dann genau na sabba sabba, sabba die Geister haben bemerkt, dass unser Schatz ja warte, das heißt also das heißt jetzt einfach nicht, dass sie hier mit jenen ähm Frieden schließen würde ne ne das ist echt krass also manchmal dauert das halt extrem lange das ist ein bisschen nervig aber ne 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 zum kommandieren umsturz hafenstabler wird mit lagert ach echt wo denn um diese nimmt er wieso nimmt er nicht die ölkern den sohn mit von der oder jetzt gehen jetzt kann ich den nicht die kommen weg dann kommen noch hier sind ich habe keine guten ich habe keine guten so ja der brot sich jetzt auch wieder auf hat haben wir nicht gerade fliege frieden geschlossen deswegen habe ich denke ich bin geschlossen wenn ich doof haben wir ich bin sehr verwirrt ich bin super verwirrt jetzt habe ich einen general getötet der ist soo also also ja das gefällt mir auf jeden fall gar nicht also das dass man das einfach so machen kann generelle töten und so weiter das ist ja vielleicht am anfang die haben zwar paar ja siehst du ja siehst du ich habe nämlich ich habe nämlich jetzt ohne scheiße ich muss echt das let's play noch mal schauen die haben die haben mir doch gerade frieden angeboten oder nicht und ich habe es gekauft jetzt habe ich natürlich das ist doch alles nur heute läuft es echt nicht heute produziere ich für die woche vor wegen meisterstück und so ähm und irgendwie in jeden jeder let's play oder jeder total war folge habe ich mega auf die fresse bekommen ok ich werde mich hier auf jeden Fall verschanzen so stay balade h auction ähm präger so sitz auf 11 teeter die die treff go denn flie having 지금 Die Schwerkämpfer erwarten eure Befehle. Ich erwarte eure Befehle. Und fliegt bereit! Wie ihr befehlt. Hör rein! So, na dann kommt... Dann kommt mal... Wenn ich Glück hab, ähm... Kommt der und schmeißt sich wieder voll der Kanne in die Viginiere rein. Und das sieht so aus, als würde er das machen. Okay... Er hat echt nicht verstanden wie Phalanxen... Dann pickniere, was deren Stärke ist, oder? He... Da sind... Der hat wirklich bis zum Schluss durchgehalten. Das ist ein bisschen heftig. Er hat bis zum Schluss ausgehalten. Also, ähm... Bevor er dann angefangen hat zu wanken. Das gefällt mir nicht, dass er hier rum geht. Ihr könnt schon ruhig... äh... Hier rum gehen, ne? Ah, nein! Ah, jetzt fängt's an, ne? Es geht los! Nackte Krieger! Sind gar nicht nackt, sondern haben einen Lenden-Schutz. Unser General wird angegriffen! Deine Mutter wird angegriffen. Deine Mutter wird angegriffen. Ja, nein! Da! 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 Das ist so'n Arsch... Hahahaha! Greif mal an hier! Greift mal an hier! ja standen die schämt sich extrem die halt immer noch meinen ein jetzt jetzt ist meine chance durch Sehr gut, das war wichtig. Die Männer wanken. Kann der mal eine Schiegel erschließen? Hm. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anweck. Das ist ein schieblicher Anweck. Das ist ein schieblicher Anweck. Königliche Kavalerie. Wieso waren wir hier jetzt? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schieblicher Anweck. Das ist ein schieblicher Anweck. Das ist ein schieblicher Anweck. Ja, halt den Mund. Das ist ein schieblicher Anweck. Das ist ein schieblicher Anweck. Die keltischen Söldner, ne? Oh Mann. Das ist so lame. Na gut. Auf jeden Fall. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ähm. Ja. Das war wieder so... Ich... Keine Ahnung. Entweder hatte ich einen Denkfehler, dass ich dachte, dass Boyer jetzt mein Freund ist. Die grüne Legion ist besiegt. GG. Okay. Oh Mann. Hat er es echt nicht mehr einen Tag. Ich habe ihn aufzunehmen hier. Oh, sowas stinkt. Sowas näher. Oh, sowas. Oh Mann. Ja. Boyer jetzt hast du... Du hast dein... dein... dein Sakrophag schon vorbereitet. Ich kann das riechen. ich hätte... hm... vor allem der... Hä? Warte mal. Also... Boyer hat doch... ähm... Hunde die ihre zählen. Schnurzi. Boyer hat doch... ähm... meine Stadt... also... angekriegt... gegriffen... letzte Runde... also, er hat ja meinen einzelnen General eingegriffen... und da musste er aus der Stadt raus. Das war doch Boyer. Und dann... hat Boyer mir den Frieden an... geboten. ich hab ihn gekauft... und... dann hat er sich doch hier... abgezogen. aber wenn ich gerade voll verkehrt aber mein Kopf ist jetzt vertrete ich kann nicht mehr okay die neue hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk übrig ihr habt so viel und wir wollen nicht ja ich mache euch schon blatt ja warte mal genau da war doch mein wo ist er jetzt ähm äh so gut also neue Armee ausheben das sind alles jetzt ähm feindliche so du bekommst aber nix kulturelle Konvertierung bekommst du auf öffentliche Ordnung und Schuss vor Ding so äh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 so die grünen die grünen der grünen irgendwas irgendwas äh voll voll die grünen die grünen die grünen weil ich weiß dass mein Gast dich nicht so schreibt ähm Beuers was sind das? Beuers genau Beuers Blau Eugiger Bob Bob Wow das ist mein das ist mein Name Wow ich sollte damit aufdrehen haha gut wie sieht's da unten aus wir haben schon wieder überzogen naja danke viel zu schauen ich hoffe euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal hier kommen die Pelltasten See ya ja auf das ist das ist da das ist das ist das ist Sie bescheuert das Strafwerk! Hör jetzt die Elefanten! Hör, Hör, Hör! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020